Hallo und herzlich willkommen hier im Himmel zu Travel Terrorist Town, mit dabei ist der Reaver, der Mr. Wanderer, der jetzt Trader wird übrigens, der Inno-Trader, der sein Kollege wird, ja er sagt nix, Dina Volker, der jetzt Detective ist, der Johanny und der Cyberwatch. Hi, ob mit dir hier oben der Himmel ist, bin ich mir nicht so sicher. Ja hier ist ja die Hölle, wie Nabo eben gesagt hat. Ja mit dir ist es die Hölle, stimmt genau. Wow, da geht man es runter, ne ne da geht es nicht. Wui. Wann habe ich einen 7 Schaden bekommen? Gebrennt, wie du 7 Schaden genommen hast, da hast du 7 Schaden genommen. Das ist die Geschichte von 7 Schaden. 7 Schienen, 7 Schienen, 7 Schienen, 7 Schienen, 7 Schienen. 7 Schienen? 7 Schienen an effects trinken. Ja klar. Was? Ist sachen ein Drink. Ich received ja hier kein Namen… Wer hat'n'n Disguiser? Irgendwer. Ja, der hier ist schon clever. Irgendwer, du herst ja den Namen nicht schieucet, ne. Also du kannst ja nicht sagen wer die Disguiser hat. Ah, hier geht es runter her. Ich glaube Ex chart ist da ein. Meist. Hey, ich habesk�이실, auf Alien. Prozent 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 in vielen Mann war ein Bananenbrot ist anwarten so wird es gut um ja alles Brot Bananenbrot was soll ich fragen werden kommt das kann man die Bananenbrot ist neu ja dann habe ich noch nie gegessen die Jahrzehnte also ist sowas muss man kennen das cool ja das muss man kennen hat Harpik Herkling sich ja mal ein Lied drüber gemacht bei den Wannen war ich sehe in den Wannen war ganz weit weg da unten so ganz kleine Ameisenwannenbrot ich sehe da hinten ein Reepro das ist mein Exxon oh ach da oben war eh schon klar dass du wieder umgekommen bist wenn du schon komm doch hoch und hol mich runter wenn du mich nicht gearmt bist komm doch hoch und hol mich runter Bananenbrot mit Faustkampf äh ey ich muss neiden hier hat da wohl jemand gesnapt oder was ja auf mich wurde das gesnapt oh Gott nein der Satz war ziemlich verdächtig machen was ich weiß nicht Exxon äh Cybers T Cybers ist 100% T warum wegen der slams die du in deinem Turm gesetzt hast damit dann jemand rein kann nein 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 keine Aussage Reaper Rotation Gun Reaper Rotation Gun Reaper Rotation Gun Reaper und Cybers sind T 100% Nabo hat Reaper getötet Alter gib mir bitte die Rotation Gun Alter ja ja hab ich gerade gesagt ist der immer noch da oben ich weiß dass der Stamps hat und ja wir müssen gucken er ist nicht mehr da oben wen hab ich da hinten grad gesehen ich hab noch 24 Leben kannst du dich vielleicht heilen da wo lass uns erstmal dahin rennen aufpassen hat ein troffer er ist bestimmt wieder hoch gegangen nicht gesehen ey ich bin eh halbtot Nabo 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 nurturing mt Zert Rats Nabo 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 Gummistiefel-Kollektion rausgebracht. Nein! Gibt es irgendjemand? Noch is preparing, Johanni. Wenn das schmeckt mehr, geht's nicht mehr. Ich mag ihn natürlich. Ja, deswegen habe ich mir aber auch nicht gesagt, ist nicht schlimm. Ich glaube, wir sollten in der nächsten Map vielleicht eine nehmen, wo man nicht runterfallen kann. Ja, wäre mal angebracht. Ja, ich finde, Eek wäre dafür geeignet. Eek wäre dafür geeignet. Nehmen wir das nächste Mal in der Nacht noch mal Eek, genau. Eek wäre doch was Nettes. Nein! Mit sieben Leuten bist du wahnsinnig. Wieso mit sieben Leuten? Wahnsinnig, das ist perfekt. Das ist viel zu viel, weißt du? Das ist viel zu wenig. Das ist wirklich cool. Wir haben am ersten Tag mit zwölf Leuten Eek gespielt. Ja. Also extra, streng geschehen, dann Lök. Dann kannst du die wählen. Oh Gott, Echse, hat eine Sniper. Na und? Ist das jetzt ein gutes Schlecht? Das sagt der, der mit der Shotgun vor mir steht. Ja, ich geh lieber weg. Hä? Schöne dich gleich mit meiner Sniper. No Scope hier. Aber nur mit... No Scope F&D. No Scope F&D. Ich wurde die Angst ein Jahr gekauft. Die sind mehr ausgesehen. Die sind mehr ausgesehen. Heute, heute brauchst du mich bitte nicht nerven. Ich wurde eben von der Disco runtergeschwitzt als ich Trader war. Und das kriegt mich immer noch etwas an. Das ist gut, aber was ist an dem Tag? Keine Ahnung. Steht hier, Release Date 16.07.2012. Ich bin gar inkompetent. Auf jeden Fall, diese Information trage ich gleich in mein Buch für die Nachtwelt ein. Okay. Scheint wichtig zu sein. Wurde hier angetackert an die Wand. Oh Mann. Geputzt die einer weg. Bitte. Wut die in die Tür. Wut die in die Tür. Wut die fack? Hä? Waschen? Ich bin... War das ne Taube? Ich hoffe nicht. Wo? Oder ein Zipi. That was close. Wer auch immer die geworfen hat. Miroslav Klose. Hm, der war Wann war daig. Der Witz. Ja. Das sag ich immer mittlerweile. Ich bin ein Krimionsfigur. Sieht mich an. Hui. Ah ja. Ich hab Diamantrüstung gefunden. Äh. Und Diamantspitzhacke. Und Diamantschwert. Ah, genau wie ihr es gerade sagt, ne? Hab da das mitbekommen. Äh, Alen Becker hat ein neues Video gemacht. Alen Becker ist der, der Animation vs. Animator gemacht hat. Bleibt mal stehen. Wer von euch hat denn gerade geschossen? Ey, äh, Johanny hat geschoppt. Er weckt dir jetzt das Diaschwert ab. Bestimmt. Diaschwert. Ach, ich weiß nicht. Er weckt mir das Diaschwert, ey. Hier wurde gerade gesnipert. Das war der Detective da oben. Da kriegst du eh kein Damage von. Wer? Was? Du warst auf mich schießen? Ey. Ich hab mich mal eingerollt. Friend. Ja, Mann. Er hat getroffen. Das war Johnny. Das war Johnny. Ja. Nein. Oh, komm. Er hat nach Woka getäuscht. Er hat nach Woka getäuscht. Nein, das ist ne Lüge. Wahrscheinlichkeit, dass Johnny es ist. 100%. Was ist Friendship Beam? Johnny? Nein. Er hat auch nicht. Soll ich ein Friendship nehmen, das ist doch scheiße. Johnny läuft zur Mühe. Wo ist ne Mühle? Johnny läuft zur Mühe. Johnny läuft zur Mühe. Deine Lüge. Oh, das ist los, Johnny. Los. Wo ist denn der Snail eigentlich? Warte mal, ich hab... Warte mal. Wo ist das? Mein Radar? Ja, hab ich auch, aber... Ach so, ja. Der ist oben auf dem Turm übrigens. Ich geh mal weg und heil mich mal kurz. Auch das macht er es. Ja. Wie sieht das Teil aus? Der ist... Der Turm? Nein. Die Stimme aus dem Jenseits sagt ganz unten. Linke Seite müsste er sein. Jogger-Mock. Ah ja, genau. Aber es war rechte Seite. Aber egal. Ja gut, aber da muss hingehören. So und ich bin wieder ruhig. Er ist übrigens nicht mehr auf dem Turm, ne? Ja. Ich bin immer noch im Turm. Jaja, du hast dich wieder hochgeportet. Ja. Ich hab nur noch nen Teleporter gekauft. Sehr gut. Wahrscheinlich hat er das wirklich. Der ist übrigens unten immer noch. Nein, bin ich da nicht. Wtf? Wieso hab ich mir ein Silenced Crossbow gekauft? Ich bin dumm. Weil du ein Silenced Cross gekauft hast. Ja. Oh, jetzt so ein crosses Brötchen. Hast du es abbekommen? Ja. Hast du. Ich will nicht vergnüftet werden, dann spring ich lieber auf. So, hier noch hinterher. Ist das wirklich ein Sprung? Ernsthaft? Nee, er wär so oder so gestorben. Ich hab gar nicht gecheckt die ganze Zeit, dass er ja Dete ist. Und hab schon gedacht, er wollte, wann war da grad Koopern. Da ist er jetzt auch für einer so'n Flopper. Wir wissen's aber, wir versuchen's. Gut. Wir wollen das Spiel zerstören. Zeit? Äh, neun Minuten. Nö, genau. Da ist doch noch lang hin. So, äh. Wer fragt du nach neun Minuten? Ist das wirklich ganz schlimm? Mir kommt das viel kürzer vor. Zehn Stunden weiterspielen. Ich sag ja immer noch, die Zehn-Stunden-Folge. Ja. Ne, danke. Auf einer Map. Auf einer Map. Nein. Das ist doch... Minecraft B5, ne? Da kriegt man dann sogar irgendein Achievement von. Oh, ja, Alter. Acht Stunden gab's. Acht Stunden. Jeeeey. Da ist ein Detective vor mir. Okay, das war keine Nummer. Wer hat grad in Speed... Superdisco... Kao? Willst du die Waffe haben? Ne, ist doch eine normale Disco. Aber wer hat die... Wer hat diese Disco geworfen? Warst du das gar nicht? Ja, ich hab ne Shotgun. Also ich verzauber hier grad meine Waffe. Weil... Deine Disco, die du auf mich geworfen hast, hat mir... Sollte voll sein. Ne, 28 Damage gemacht. Was? Fehlt ein Magazin. Nein! Ja, 28. Oh, da ist jemand gestorben. Ja, ist viel, oder? Ja, ist viel. Deswegen, da du grad am Shoppen bist. Ne, ich hab das grad noch meine Disco gefunden. So. Boah. Ja, du hast ja... Oh, was ist der Davor? Ach, das geht... Oh, danke, dass ihr auch geholfen. Bitteschön. Immer wieder gern. Wie ist selber denn gestorben? Ich glaub, der ist einfach nur runtergefallen. Tote sprechen nicht. Na? Wann kann eine Leiche sagen, wie sie gestorben ist? Ja. Das wäre ein Durchbruch in der Kriminalistik. Ich bin Spezial, ich kann das. Seidbar! Du bist speziell, was? Du bist speziell. Spezialist. Äh, hier. Strength, Perception, Endurance... Sag mal, wieso geht die... Äh... Was? Kau es mal, Intelligence, Agility und Luck. Was? Was? Ihr kennt doch wohl die Special-Attribute von Fallout. Also bitte, was ist denn mit euch los? Der auf einer Laterne. Erinnere mich nicht dran. Ich hab da eine ganze Siedlung, die auf mich wartet. Hast du deine Hand? Ist das eine super Disco? Ja, klar. Warte. Gehen sie weg. Bitte gehen sie weg. Ich vertraue mir nicht. Gehen sie weg, Johnny. Gehen sie weg. Gehen sie weg, Johnny. Gehen sie weg. Irgendwas wollte Exe mir sagen, aber... Einfach nochmal heimlich Munition zustecken. Ah, ja. Hihi. Ah, nee. Gehen sie weg. Ich glaube übrigens, dass Exe tot ist. Stimmt, der würde sonst die ganze Zeit drinnen rabbeln. Äh, brambeln. Nee, der hat doch noch gerade irgendwas gerufen. Was hat er denn gerufen? Ja, das weiß ich auch nicht mehr so genau. Klar, dass man von oben nicht die Leichen sehen kann. Ich meine zum Beispiel bei... Hallo, wann war's? Bei Rooftops oder so. Da kann man runter gucken und dann sieht man wie viele Leichen aufrufen. Äh, Snay, Snay hat nur Rotation. Was? Was? Doch, Snay hat nur Rotation. Wo ist ein Rotation? Wo ist ein Rotation? Äh, unten beim, ähm... Bei, 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 beim... Wie heißt das? Ich weiß nicht, wie die... Da siehst du, Johnny ist es. Da ist was verreckt. Und das ist ein Friendship. Ja, Johnny ist es. Und der Exe lebt noch. Ich lebe noch was, ist daran so schlimm. Ich hab lediglich versucht, wann war... Steht da ne Leiche? Ich geh da gleich hin, wenn der Friendship weg ist. Ich hab lediglich versucht, wann war, was anzuhängen. Johnny und Exe sind das. Johnny und Exe sind das. Ich hab eh nicht fest... Snay ist das. Johnny und Exe sind das. Ey, Leute. Johnny und Exe ist das. Ey, tut mir leid, Snay, ich hab dich gesehen, als du den Friendship in der Hand hattest und ihn abgefeuert hast. Das ist ne Lüge. Weißt du, wo ist Snay? Das ist keine Lüge? Du beziehtest den Detective der Lüge? Da muss Nabu auch sein. Da muss Nabu auch sein. Nabu muss dann auch sein. Wo ist Snay, Reaper? Wo ist der? Ja, komm du mal schön raus, ihr Exe. Komm raus. Du bist genauso tot. Ich bin's echt nicht. Ich hab Nabu eben noch gesehen. Ja, und Nabu redet jetzt nicht mehr. Ich bin die ganze Zeit mit der Sniper und versteck mich hier schon die ganze Runde. Ich hab nicht einmal... Ich hab 28 Damage am Anfang durch Johanny verloren. Und während ich... Du gehst die ganze Zeit die Map ab. Und versuche hier grad irgendwie ein lebendes dort zu finden. Lebt's ja überhaupt noch. Snay lebt noch. Muss ich ihn nur umbringen, wenn ich ihn sehe. Er wollte es mir auf jeden Fall anhängen. Das heißt, Nabu muss es sein. Ach, im Ernst. Hab da kein Radar um mich zu finden. Was denn? Ich bin, wie gesagt, die ganze Zeit an der selben Stelle. Wäre ich Trader, würde ich schon nächstes Mal versuchen. Oh, ach du Misting. Ben Hanks. Nein, danke. Okay. Erstmal Shotgun rausholen. Und ich komm den nicht zu mir geflogen. Nein. Habe ich jetzt echt die Rifle? Nein. Ich hab mein Rifle runtergeschmissen, oder? Nein, mein Rifle ist weg. Okay, ich muss raus aus dem Stecken. Nein, ey, komm. Ich muss mich halt in Nahkampf gegen das Leben. Bist du auf den Turm? Die liegt wann war? Bist du auf den Turm? Bist du auf den Turm? Bist du hast du bist das okay? Bitte nicht umbringen. Ich bin auf deiner Seite. Ich geh auch in den Neukälen. Das glaube ich da auch kein Millimeter. Du kannst mich durch umbringen. Ich war unten im... Ich kann dir gerne sagen, wo ich hergekommen bin. Ich bin ja aus der Tür gekommen. War unten. Weil mir war kein einziger Männchen. Nee, ich hab's gelegen. Ja, rennt lieber mal nach rechts. Oh, nach rechts. Wo ist Stay? Der sagt mir einfach, wo er ist, wenn du einen Radar hast. Wenn du Punkte hast, hol dir einfach einen Radar. Hier liegt eine Leiche. Johanny. Ist der gestorben? Huge. Nee, ist weg, war. Vermutlich. Oh, fuck! Ich hab den Dagnar! Schade! Alter Lügenbaron! Da, warte. Da kriegt einfach den Lügenbaron-Vote von mir jetzt. Wieso Braindead? Wieso Braindead? Warum das? Zeig mir das gerade ein Spiel. Weil das war einfach nur wie, ey. Weil es mir die ganze gelacht haben, bevor ich's mir abgedippt ist. Aber mit Braindead war jetzt nicht ich gemeint, oder was? Nein. Nein, du nicht. Nein, ne. Ja, wieso jetzt? Sag mal, wieso? Ich hab doch nichts... Weil du nicht gepeilt hast! Was hab ich nicht gepeilt? Der D, der hört einfach auf zu reden. Ja, er redet auch die halbe Zeit nicht. Da hat er irgendwo recht. Aber am besten war eigentlich das mit Snell. Also, da ging gar nicht mehr. Der war vorbei mit mir. Der hat genau da gesorgt, wo ich gestoppt bin. Der hat genau da gesorgt, wo ich gestoppt bin. Der hat genau da gesorgt, wo ich gestoppt bin. Wie ist der Ort? Du bist genau, dass er mich nicht erwischt, oder? Ne, da wo ich runtergefallen bin. Ist ja auch runtergefallen. Ja gut, er hatte ja kaum noch was. Ist jetzt gerade eben die Zeit eigentlich abgelaufen oder was? Was? Ja, 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 ja. Äh, fünf Sekunden gibt's ja Inzip-Party. Na, wo lebst du noch? Inzip-Party? Na, wo? Ich schaff das hier in der Runde noch hoch, auch wenn ich jetzt wieder sterbe. Was? War ganz knapp. Na, wo? Oh, ich meine hier was gehört zu haben und das könnte sein. Okay, wir sind jetzt gestorben. Ah, ich schenk gerade an. Wut, wut. So, Detective Kong. Soll ich jetzt einfach warten, bis du runterfällst, oder? Äh, wo? Oh, Gott. Du musst den doch nicht auffangen. Okay. Der ist vom Turm runtergefallen. Oh, Gott. Ich fang nicht auf, wenn du runterfällst. Hallo, Vanva, was machst du da? Ich schmeiß mal in die Zunge runter. Ja, gut. Ich schmeiße Brand runter. Ich schmeiße Brand runter. Ja, gut. Ich schmeiße Brand runter. Ja, der ist gefallen, der ist gefallen. Cool. Exil, schieß gleich. Ich versuch nicht hinweg zu kommen. Ja, das ist eigentlich nix. Damit kannst du einen instant töten. Aber ich habe jetzt eine Zeugin hier. Was? Wer ist denn der Reaper? Was stehst du da rum, Reaper? Reaper Shop? Cyber snipe. Cyber snipe. Aber ich schieße nicht auf dich. Ich schieße erst mal gar nicht rein. Ja, ich wollte das anmerken. Ja, gut. Das ist der Smoke. Donner Smoke. Da oben kann man hin damit? Oh, ich will auch. Was? Auf die Wettmühle? Ja. Ich schaff das mal nicht. Ich schaff das bis zu den Zornen überhaupt. Wer ist Zorn? Rats? Okay, jemand hat einen Slop-Bear. Ja, ich... Ich bin oben auf... Ich bin auf dem Turm gerade drauf. Also, ich bin es nicht. Okay. Johanni, Johanni, Johanni. Der war wahnsinnig. Die war wahnsinnig. Ja, Johanni ist es ja auch. Hat dir halt selbst zugegeben. Ich bin hochgeklettert in dem Moment. Das heißt, er ist runtergeschwungen, als ich gerade hoch bin. Ja, Johanni hat es ja auch gesagt. Das ist übrigens einer umgebracht worden. Ich kann von mir nochmal in den Chat schreiben, also... Ist du... Ja, wer ist jetzt? Wer war es jetzt? Wer geht, zum dritten Mal. Okay, ja. Ich brauche jetzt hier eine Kali-Kapsel. Bitte. Ja, ich auch. Meine Güte. Exel, du bist heute aber komplett neben der Rolle. Wart war ich? Ist auf diese Situation jetzt neben der Rolle bisher heute? Das hätte schief gehen können mit dem Aufkommen zu bringen. Ich habe schon gesteckt. Du hast deine Taschenlampe an. Inwiefern ist eigentlich da ein anderes Freude gemacht, wo ich neben der Rolle war? Was? Äh, vorhin in der Runde? Was habe ich da gemacht? Warte, warte. So, dass ich neben der Rolle war. Ich muss ja vorbei. Warum? So, jetzt kannst du nochmal... Äh. Ich bin bisher nie durch... Ich bin bisher heute nicht durch Eigenverschuld gestaucht. Ja, ne. Das geht jetzt die nächsten eineinhalb Minuten noch so. Ja. Alter. Reaver, wo hast du geschossen? Wer schießt denn hier? Ich sah ja auf einmal auf, wenn du... Alle haben Angst. Ich habe da oben hingeschossen. Ins Fenster. Hier, so. Ich bin lang weg. So, Insti-Party. Ernsthaft. Euer fucking Ernst. Oh, ein Nau. Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst, ey. Johanni, was ist mit dir gerade abgekackt? Wie man schlägt euch mit dir weg? Er gibt ihm den Headshot des Jahres. Dreh dich um. Gibt uns den Daudu rein mit, weil es ja nicht passiert. Ernst, das war's. Ne, ich weiß nicht, du willst von Fuß einfach nur. Der bringt mich einfach mit noch auf einer Straße um. Cyber Headshot des Jahres ist vielleicht etwas über Kimi. Ich stand in dem Moment rum, also. Nau hat mich mit einer Taube vom Dach runter genietet. Ja. Bring mir so eine kleine Taube vom Dach raus. Ich bin hier raus. Äh, 1950. Ich wollte dich schon beim Blättern eigentlich umbringen. Johanni, warst du schon ein Teil trainiert? Nein, genau, das war die Zeit. Alles klar. Johanni, da musst du doch eigentlich reagieren können. Ich war irgendwie total konfust. Riva, ich bin Dator. Bitte springen sie vom Tauben runter. Ja, ich denk gar nicht dran. Das Dator-Refehl werde ich wieder setzen. Nein, du darfst dich nicht wieder setzen, Riva. Ich durfte es dann auch nicht. Wir müssen das einführen. Wir müssen das machen. Das ist Dator-Refehl. Also, Riva, du darfst dir Dator-Refehl nicht... Äh, Johnny. Ja, du darfst dir Dator-Refehl nicht... Okay. Der Dator-Refehl ist gestorben. Aber wenn, dann wäre es echt zu bald. Von daher... Der will sich noch rausreden. Es gibt dir den Befehl, dass du Repo umbringst. Der will sich noch rausreden. Wer? Ähm... Ich schieße aber zurück, ja? Ich schieße aber nicht auf dich. Selbstverteidigung nennen wir das. Wann war? Wann war? Wann war? Wann war? Ich hab mir gleich so einen richtig schönen Headshot in den Hinterkopf. Uh, magst du das dort? Nee, es war jemand anderes. Unter der Metz sind... Äh... Uh, Schallplatte gefunden! Schallplatte! Da hat jemand getrunken! Da hat jemand getrunken! Was denn? Ne Fanta? Da gibt's so ne... 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 Ich glaub ne Peps. No... Peps nicht, ist schon geil. Trinke ich eng sogar lieber als normale Coca-Cola. Ja, da... Da war ich gerade. Nicht so geil. Wär's geil. Hattest du mal einen Plattenspieler gefunden? Blöde Frage? Hattest du mir eigentlich die Schall da hier? Wann war? Was? Wem schmeckt Pepsi bitte? Also wir machen hier mal ne Abstimmung. Wem hier schmeckt Pepsi? Ja, hier! Ich! Die Scheide! Wir waren das einzige! Pepsi schmeckt überhaupt nicht! Das ist ja auch... Pepsi schmeckt gut! Ja mein ich doch... Oh, wir haben das gestoppt! Burger-Cola und Pepsi schwecken beide scheiße! Nein! Vita-Cola oder Schwipp-Schwapp for the win! Na ja gut, Schwipp-Schwapp ist schon... Schwipp-Schwapp ist schon okay... Vita-Cola hat die beide... Habt ihr ja alle bestimmt noch nie genug? Ich frage den Plattenspieler! Hier! Fritz-Cola! Fritz-Cola ist nett! Plattenspieler! Okay, Plattenspieler! Da war ein Flopper, da war ein Flopper! Der war hinten, der war hinten! Warte mal, wir werden Plattenspieler finden! Jaaaaaaaaaaaaaaaah! Da werden wir Plattenspieler zu suchen! Plattenspieler! Ach, die sind schon was dann! Ich weiß nicht, dass du einen Flopper hast, Nehle! Was, nein? Wo, die? Ah! Ich lehnte einen Flopper! Ich hab ihn mal runtergeschubst! Hab's mir mal auf! Ich wusste ja, dass er einen Flopper hat! Ich wusste ja, dass er einen Flopper hat! Das wusste ja gar nicht, ja! Doch, ich hab gesehen, dass du... Ich frage mich gerade, warum ich immer noch am Leben bin, obwohl der Detective mich eigentlich zum Abschlussfall gegeben hat. Aber du bist zum Abschlussfall. Bindebar. Ich will hier runterklettern. Wann war es zum Abschlussfall? Warte. Äh, ich wacke fest. Exer, du kommst nur runter, wenn du den Repro umbringst. Ich komm aber gar nicht mehr weg, Mann. Kletter runter, bitte. Ich sag nur, okay, jetzt kann ich runter runterklettern, okay, gut. Danke. Huch. Niemand immer denkt, das wär ein Team, ne? Ne, aber ne anderes ist. Ja, aber ist es, ne? Ja. Hallo, Exer. Also, der Data hat mir jetzt einen Auftrag gegeben, eigentlich Rebound zu übergaben, aber ich warte mal nicht. Ja, nö. Oder ist das wirklich ein Auftrag, Snail? Das ist ein... Begründeter Auftrag. Begründeter. Ja. Was hat er denn gemacht? Der hat sich mein Buffet wieder setzen. Achso, ja. Der ist klar. Das sind die letzten Worte. Ne, lebst du noch? Das war sein letztes Wort, ähm. Ey, Joani hat mich jetzt sagen, der hat mich 100 Worte zeigen. Ja, Exer, wo gehst du nur hin? Sorry, du hast dich als Target, das ist 100 pro... Ja, 100 pro, ich folg dir einfach mal. Geh, wenn du, wenn du mir weiter hinterher ranst, wenn du mir weiter hinterher ranst, dann... ...hörst Kriegeschoss und dann Fettzoom. Cyber, nein! Ach du Scheiße, was war denn jetzt mit Cyber los? Noch ein, noch ein... Oh, er hat einen Besten los! Ah! Klar wartete Wendung. Ja, wenn du mich verfolgst und ich sage, du sollst mich wieder verfolgen. Bleib weg, Exer. Du verfolgst mich, ich bin gleich tot und Joani... Joani ist 100 pro... Ich glaube einfach, du reist zufällig in die Richtung. Du darfst da einfach rein zufällig direkt vor mir. Hä? Achso. Ich habe keinen Sinn dabei gehört. Ja, das ist ja, dass Johnny zufällig hinterher ist. Johnny ist Traitor. Ja, bin ich. Dass er denn zufällig hinterher geht. Du weißt ja jetzt überhaupt noch, wo ich bin, keine Ahnung. Ja, du gehst die Treppe runter und jetzt hab ich dich verloren. Äh, bin ich jetzt blöd. Ja, da ist er. Ja, ich bin tot, ich bin tot, ich bin 100 pro Tod. Warum? Diense bitte. Lass mich hier durch, bitte. Was passieren hier denn für Dinge? Für Sander-Barber. Diense, lass mich hier durch. Oh shit. Äh, Reaper ist ein Abstoß-Fly, oder? Nein. Wenn ich jetzt aufkneiß. Ich habe einen Traitor gezählt. Ja, gut. Aber, kein Traitor. Scheiße, okay, wir sind alle tot. Wir werden alle schärfen. Was? Nein. Nein. Nein, tschüss. Exer war's. Ich wollte Diense eigentlich nicht tönen. Der Schisse, komm, richte über mich. Richte über mich. Äh. Wo ist er denn? Wo? Hä? Ach da. Äh. Oh. Da ist ein Häuschen. Wo? Guck mal, was? Schade. Ah, Mann. Hast Glück gehabt. Ich habe gerade das Death Note ausgepackt. Ah, Mann. Wie konntest du das auch auspacken? Es musste verschwunden sein. Ich wollte eigentlich die Disco hinter Reaper. Wir haben einfach so... Ich hab das auch nicht gefehler gehabt. Seht ihr die Ratete hier noch, die hier fliegt? Ja. Ne. Oh. Wie konntest du das noch mal haben? Ich hab's aufgenommen, weil ich dich gekillt hab. Ja, Mann. Bei mir war das dann weg, weil ich hab das ja schon reingeschrieben. Jawoll. Warte mal, stimmt. Jawoll. Warte mal, stimmt. Warte mal, stimmt. Tschüss, Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Mann, Johnny. Erzähl doch. Ich hör dich. Bei mir stand da, ich hab ne dreigelöfel. Ich brauch aber ne 204 und dann war das Spook bei dir weg. Und warst du dann auf einmal wieder da. Das wundert mich gerade. Keine Ahnung. Vielleicht war es ein Bug oder so. Bei mir hat's auch gewünscht. Weil du in dem Moment gekillt wurdest. Hm. Erstmal war ein Versuch. Das ist sonderbar. Ihr trägt jemanden. Ey, jemand hat gesoffen. Jemand hat gesoffen. War das der Detektor? Jemand hat gesoffen. Ich war bei einem Navo und die war's schon mal nicht. Ja, die erste Runde drehen. Das ist im ganzen Spiel. Und das ist... Exe war's auch nicht. Ja, jetzt dir mal was anderes ausgedacht. Ich dachte, dass sie denn so behindert, das fällt nicht auf. Bestimmt hat wieder ein Detektor gesoffen, oder? Du hast auf mich geschossen, Cyber. So, auf jeden Fall hat hier jemand gesoffen. Wer ist denn Detektor immer da? Ich dachte, du schießt es auf mich, weil ich du es gesehen hast. Bestimmt. Wo ist ein Exe überhaupt? Muss ich noch wegen nerven. Willst du dich nerven? Ja. Exe? Du hast deinen Job voll nicht ausgeführt, wo's Detektor. Jetzt gerade hier. Oh, ja. Oh, ja. Wieso willst du ihn nerven? Ja. Keine Ahnung. Oh, wo's Gründen? Okay. Efer! 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 Aaaaah! Das war Nier! Ah, nein! Nefer! Weg! Weg, weg! Komm mit! Ist er hinter uns oder was? Axis Trader in der Woca, musste abstehen. Hä warum? Der Trader ist eng! Jetzt killt, killt Nino. Er hat ne Platte. Er hat ne Platte. Ich bin jetzt gerade am überlegen. Ich bin echt nicht sicher. Ja, beim Death Note wär auch. Musik! Äh, Johanny verfolgt mich. Ja, Musik! Da ist Wanva, ich verfolg Wanva. Das ist eine gute Idee. Wir tun jetzt erstmal ne Shotgun. Warum wolltest du ne Shotgun haben? Ach ne, ich wollte gerade sagen, ich bin äh... Aber bin ich hier gar nicht. Axis, warum wollen sie ne Shotgun haben? Kann auch mit ner Rifle weiter rumlaufen, meinetwegen. Und jetzt gehen wir mit Stil. Warte, wie geht das so? Äh, Sperr mit halten. Äh, Sperr mit halten. Wieso soll ich das machen? Ja, mit Stil weggehen. Weil das irgendjemand machen muss. Ja. Wieso, also ich, wieso nicht Cyberbot, der ja am verdächtigsten ist? Hä, wieso? Death Note, weil wegen Gründen. Achso. Was? Wiesst du gerade Cyber? Ja, das war der Schießt. Hä, warum schießt du? Oh, Zauber ist gesprungen. Äh, Echse schief! Wo ist Echse, wo ist Echse? Ach da! Warte? Nein, 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 nein. Ich hab keine andere Waffe. Doch, ich hab noch nichts. Ja, nein! Nein! Ich hab noch so. Ja, jemand hat getrunken. Ja, da war es Echse wieder kalt. Ist Dete und verwirrt uns. Ja, mach ich auch. Best Job ever! Boah! 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 Ja! Dete! Oh nein! Jetzt kannst du dich wieder Schimmlischoß kaufen. Was schimmlige Schoß? Schimmlige Schoß! Schimmlige Schoß, ja das ist auch immer was. Ich hab die Musik wieder angemacht. Schuhe? Was sind Schuhe? Schimmlige Schoß? Nein, Schimmlige Schoß! Das sind Schuhe. Jimmy Cho, kennt ihr nicht? Das ist die schöne Schuhe. Da hat's Boom gemacht. Ja, ganz schön würdest du das Wort Schuhe falsch aussprechen. Ne, ne, ne. Da hat einer getrunken, das war nicht der Detektor. Also Schuhe krieg ich immer noch hin. Boah! Könnte Snail sein! Könnte Snail sein! Ich war's nicht! Anwag! Ich hab noch eine Smokie! Ich hab noch eine Smokie! Eine Smokie! Könnte Snail gewesen sein! Und dann noch mehr Feuer! Ja, hab ich aufgenommen, ne? Er hat aufgenommen. Ich hab aufgenommen. Oh! Weil ich glaube, dass du den Floppa getrunken hast. Ich hab keinen Floppa getrunken. Jemand hat den Floppa getrunken? Ja, hab ich gehört. Ach du Schein. Ich glaube, es Snail war's, weil er auf dem Turm steht. Oh, oh! Johanni ist... Johanni ist Tee! Okay, da ist jemand voll reing... Ist der auf dem Turm? Äh, ne, beim Turm. Ne, beim Turm. Ja. Ich kann gleich confirm, wenn da... Das Ding vorbei ist. Äh, warte. Wenn der nicht auf den Turm geschossen wurde, dann... Dann. Ich hör, äh... Ich hab... Nein, Snail ist es nicht. Ja, gut. Dann, ähm... Snail ist es nicht. Snail ist es. Yes. Nein! Ja, genau. Snail ist es. Safe call. Ich hab genau gesehen, wie er vom Turm geschubst oder gesprungen ist, wie auch immer. Nein. Nein. Was hat wir getan? Oh, Alter, ich hab mir Angst. Hm. War ich nicht heute. Wo wir sind. Ja. Ah, schließ das Kackding. Das Cyber hat uns aufgelassen. Ist nicht gut. Ja. Also, wann war du bist nett, ne? Ich bin nett. Ne, wann war ich böse? Der hat den Dings geschossen. Den vorhin sch... Ja. Will ich auch... Denk ich. Ja, er gibt sogar zu, also... Ja. Ist noch kein Traitor tot? Ich bin enttäuscht. Ja, aber einer von denen, die da noch leben, ist, glaub ich, tot. Ich denke, es ist Cyber. Warte mal, wir sind jetzt noch zu dritt, oder? Äh... Und ist noch kein Traitor confirmed, also... Oh, Axe ist auch. Ich bin es und... Ich würd dann sagen, wann weiß es auch, oder? Ich mein... Ah, ne, dann lebt Cyber ja doch noch. Ja, aber müsste dann ja noch leben. Ne, Cyber ist tot von mir. Äh... Steht er bei dir unter Missing in Action? Ja, Missing in Action. Aua, äh, es wird gesnipert. Ah! Haben wir es nicht von hinten? Ja. Äh, es kommt von der Windmühle. Oh, klick, klick, klick! Klick, klick, klick! Aber das heißt, dass er beschäftigt ist. Das heißt, ich habe Zeit, um auf diese Windmühle drauf zu laufen. Kannst du auch mal sterben? Nein. Nein. Nein! 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 Boah! Ich war so... Dann laufe ich ein und es fallen drei Blöcke, die bin so... Yo, ich würd sagen, das war's für die Zone und bis zum nächsten Mal. Tschüss!